Ja, liebe YouTube-Freunde, Mittwoch, endlich auf der Piste angekommen. Gestern war das Wetter nicht gut, heute fahren wir das erste Mal hier in Vilnia. Ja, liebe es. Jaai, jaai, da geht es nicht mehr. Prost liebe YouTuber, Bauerhausi trinkt das erste italien Bier, die Molatis. So, Karte studieren, wir haben Hunger. So, Karte studieren, wir haben Hunger. Evviva Italia! Kröst! Evviva Livigno!